Hi Kickers, ich grüße euch. Weiter geht es in dem wunderschönen Spiel Melenia von Paradox. Wenn das so sagen darf. Wir gucken, dass wir hier nochmal eine schöne Runde spielen. Vom Stream her gibt es dann Unterbrechungen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eine zweite Folge Melenia bringe oder noch eine Folge Age of Wonders. Da muss ich noch gucken, wie ich da lustig bin. Aber jetzt erstmal hier dazu. Also, wir sind immer noch hier fröhlich im Hin und Her gegen die Flingsonia und müssen jetzt auch noch diese Ketzereikrise abwenden. Es ist großartig. Wir schauen mal, ob wir nicht abwenden, managen. Managen ist das Wort, was ich suche. Erst Gehirn einschalten und dann reden. Apropos Gehirn einschalten, ihr dürft nicht vergessen natürlich hier das Video zu liken und den Kanal noch zu abonnieren. Das fände ich sehr, sehr nice von euch. Währenddessen tue ich hier meine sogenannte Überwachung einstellen und dann geht es auch schon los mit dem fröhlichen Gedaddel. Ja, jawohl. Kunst bis die Vestalien weint, habe ich das genannt, ja, um unser Kulturproblem hinzubekommen. Die haben mir ein Geschenk geschickt, eure durch... Haha, ja. Ja. Welches Geschenk? Da steht nur Verwerfen dran. Also, die haben mir irgendein Geschenk gemacht, aber ich weiß nicht wirklich was. Okay, cool. Alles klar. Es wird ja bestimmt wieder zu einem Krieg kommen mit ihnen. Die haben hier eine extrem starke Verteidigungsanlage. Bei Zwischenfolgen habe ich mir überlegt, meine Truppen schon mal in Position zu bringen, dass wenn es dann zu einem Kampf kommt, dass wir dann einsatzbereit sind. Deshalb gibt es hier sogenannte Umpositionierungsmaßnahmen meiner Truppen. Ja, ihr dürft schon mal hier in den Wald reingehen. Es ist eine starke Armee, die im Notfall auf Shosu marschiert. Das ist eine Stadt, die sich ja wenigstens lohnen würde. Mein Problem ist einfach an der Stelle... Oh, das ist schon abgehakt. Mount Everest ist vollständig erkundet, sehe ich gerade. Die würde sich wenigstens lohnen, aber ich kann sie ja gar nicht mehr integrieren. Also frage ich mich, was tue ich da eigentlich mit. So, ihr könnt währenddessen... Du kannst mal kurz damit zu denen gehen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal eine weitere Katapulteinheit baue. Die Barrikaden zu zerbrechen von so einer Stadt, das ist natürlich ein Kunststückchen. Dann komm, wir fahren mal ein bisschen raus. Wollen wir noch irgendwas erkennen? Nein. Noch können wir ja nicht aufs tiefe Wasser herausgehen. Das dauert ja noch ein bisschen. Eigentlich ist es ein bisschen zu laut mehr eingestellt. Muss es mal ein bisschen leiser machen. Muss klingt sehr zwanghaft. Ist aber in dem Fall so, weil ich sonst hier euch anbrülle. Blub hat es gemacht bei mir irgendwie. Region inaktiv. Ja. Ein Lager wurde in Natalia abgeschlossen. Wir können auch schon mittlerweile mächtige Dragone haben, wenn wir das wollten. Ja, wenn Natalia mehr Einfluss hat über ein Monument, fände ich das nicht verkehrt, um das Ganze zu vergrößern. Ich hebe mir immer dieses Vermögen auf. Ich bin da viel zu gierig und dann gebe ich es für das Chaosverhindern aus. Die Kantia, unsere Grenzstadt. Neun Runden für so einen Dragona ist schon ziemlich zu lang, finde ich, ganz ehrlich gesagt. Eine Werkshalle gibt mir mehr Produktion. Das kann ich in der Grenzstadt echt gut gebrauchen. Meiner Meinung nach. Das kann ich in der Grenzstadt. Ja, Überblick nochmal verschafft, was ich machen möchte. Die Kantia wächst währenddessen. Tja, das geht über mehr Punkte. Die Kultur schwindet oder startiert. Immer mehr Ketzereiaufladung. Tja, wie kann ich gegen Ketzer aktiv vorgehen? Fragen. Ich habe Fragen. Okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter, weil einfach die Hochsee uns im Weg ist und halt eben die Grenzen von den Flingsoniern. Da müssen wir einfach warten, bis wir wieder am Krieg sind, dann dürfen wir da langfahren. So lange geht das halt natürlich leider nicht. Das heißt ja natürlich, es geht halt nicht. So, wir können erst mal hier auf den Hügel von Dekantia gehen. Das ist gut. Und ihr geht schon mal hier in die Wälder. Das wird natürlich unseren Gegner nervös machen. Das ist auch richtig so. Das soll auch so sein. Dann gucken wir mal. Ritter in einem Belagerungskampf einzusetzen, ist jetzt vielleicht nicht die glückste Idee, die ich habe. Aber gut, mein Gott, sie sind recht kampfstark. Vielleicht bringt das was. Wir versuchen nochmal mit dem Fujiyama unser Glück. Und wir haben ein Lager in Beritos, unserer Küstenstadt, fertiggestellt, die was als nächstes haben möchte. Ja, die Galären, die unterscheiden sich ein bisschen von den Katapultpareben. Die Katapultpareben, die schießen nur ein einziges Mal. Die Galären wahrscheinlich, die kämpfen dauerhaft. Deswegen, ich mache mal hier in unserer Hafenstadt mal eine Galäre, um da einen Unterschied zu haben. So, wir dürfen einen weiteren Gesandten machen, der ja eigentlich zu den Flingsonia gehen soll, um mit denen da irgendwie zu verhandeln. Ich werde es nochmal versuchen. Diplomatie. Ich hatte eigentlich links geklickt, aber irgendwie wollte ich es nicht so wirklich. Sind wir jetzt noch in einer Feindschaft mit denen, oder? Wohan kann ich das denn? Die Wunden 5. Ne, wir können Feindsinnlichkeiten erklären. Wir haben keine zur Zeit, aber ich muss aufpassen. Ich hoffe, dass es diesmal mir gelingt, den Gesandten hinzustellen. Ich kann nämlich auch nicht irgendwie was tun, also so effektiv mit denen reden, wenn die mir dauernd immer meine Diplomaten wegschnetzeln. Dann bringt mir die Diplomatie nicht viel, bis hin zu nichts. Ja, ihr bewegt euch mal hier in die Wüste. Ist kein schöner Ort, ich weiß. Ihr skippt erst mal. So, und du? Komm mal hier her. So, und jetzt habe ich jemanden, mit dem ich hier drin habe und jetzt eigentlich Verhandlungen führen könnte, wenn ich das wollte. Ich könnte Beziehungen verbessern, aber ja, das ist alles hier nicht großartig. Wir sehen auch denen ihre Verhältnisse, also die sind so richtig, die hassen so richtig die Twikonen. Das können wir mit denen eigentlich nochmal machen. Beziehungen, Geschenksentforderungen, Münzen, Kröne, Botschafter öffnen, Forderungen, Religion wechseln. Nee, fordern will ich da nichts. Ja, die hassen sich richtig, die beiden Fraktionen. Ja. Skip. Ich könnte auch Siedler ausbilden, um jetzt zum Beispiel hier unten noch irgendwas zu besiedeln, wenn ich das wollte. Ich hatte hier noch genug Platz, aber wirklich interessante Ressourcen gibt es hier halt nicht mehr. Deswegen könnte ich das Sehen auch überlassen, den Monapolianern, aber ja, weiß nicht so richtig. Ich kann einen Haufen Sachen anschließen, das habe ich gesehen. Ah, Müllgrube habe ich in Erinnerung. Ja, da gehe ich jetzt nochmal durch, weil da weiß es nicht mehr so richtig. Keikapolis braucht sowas. Dann Keikapolis. So, wo bauen wir denn diese Müllgrube hin? Ja, wir haben ja schon was mit Müll, also mir bleibt nichts anderes übrig. Noch eine Müllgrube hier hin. So, dann sind die wieder zufriedener. Ja, das kann ich nur, neue Regierung, friedliche Revolution machen, wenn ich hier irgendwie mal wieder zur Potte komme. Ich muss viel mehr in Kultur investieren, wie es sich einen Friedensdings aufploppen, eine weiße Fahne zumindest. Warum auch immer. Keikapolis ist auf 20 Bevölkerung angewachsen, coole Sache. Ah ja, hier ist die Galera der Kekarianer. Die wird jetzt ein bisschen Patrouille fahren. Ich will hier auf den Hügel hochgehen, dass ich zumindest in meinen Grenzen bin. Ja, du kannst hier nicht viel tun. Könntest du mal gucken, ob du hier noch irgendwas Neues aufdeckst. Tust du nicht wirklich? Ja, haben wir alles gesehen, dass hier ganz viele Feinde lauern. Und hier können wir noch mal ein bisschen weiterfahren. Und dann kommen wir noch zum Great Barrier Reef. Und dann haben wir hier unten noch die Ecke, die würde ich auch noch gerne abfahren wollen. Und du gehst hier hin. Und dann machst du hier mal deine erste Aktion. Dafür müssten wir 30... Ah ja, interessant. Damit könnte ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Jetzt habe ich das auch verstanden. Am Schluss. Zu zahlen 30 Ingenieurspunkte. Entwerft eine spezielle Ausrüstung, sagen wir diesmal. So, das habe ich beim letzten Mal falsch verstanden. Äh, Keikapolis, du hast eine Kaserne jetzt gebaut. Okay. Ich könnte tatsächlich noch eine Bilde bauen, um die dann in den Norden hochzuschicken. Ich könnte aber auch mal so einen richtig mächtigen Dragoner produzieren. Ich nehme mal so einen Dragoner mit. Der soll mal mitkämpfen. Sollte es zum Krieg kommen, ähm, denke ich mal, ist das ganz gut. Beritus klar, mit der Galera jetzt fertig geworden. Und ihr sollt jetzt mal einen Monument bauen, um eure Grenzen weiter und schneller ausdehnen zu können. Und wir haben einen weiteren Künstler, den wir erstellen können. Und der kommt jetzt hier rein. Und der darf hier die Aktion machen, mehr Kunst. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Hier für meine Kultur. Tja. Ah, hier kann ich die Dinge aufwerten, wenn ich das wollte. Muss ich aber erstmal gucken. Dann fangen wir erstmal mit dem hier an. Soweit hatten wir, glaube ich, alle aufgewertet. Perfekt. Dann sind die da auch mal ein bisschen safer. Ich kann halt effektiv gegen diese Krise nichts tun. Das ist so ärgerlich. Naja. Wahrscheinlich verstehe ich auch noch viele Dinge falsch oder nicht richtig. Ja, das ist, das kommt durch. Das ist durchaus denkbar. Ja, wir tun die Botschaft erlauben. Vielen Dank. Da dafür. Das bringt mich dazu. Botschaft eröffnen. Brauche ich aber 30 Diplomatiepunkte wieder. Irgendwann habe ich die auf jeden Fall. So, ihr macht jetzt erstmal hier Wache halten, falls hier nochmal irgendwelche Böslinge vorbeikommen. Und hier wird die lohnenswerte Plantage jetzt mal repariert. Die ist schon länger jetzt hier defekt. Finde ich alles andere als geil. Ich muss das mir aufheben für die friedliche Revolution. Ich kann da nicht großartig was jetzt tun. Ja, hier sind Behausungen zu vergrößern. Das wäre nett verkehrt, sehe ich gerade zum Beispiel. Weil Kekapolis irgendwann werden sie ein Problem bekommen mit Wohnraum. Wir sind nur noch bei 160, plus 160 Prozent. Und in Natalia sind wir noch bei mehr als genug Wohnraum. Irgendwann sollte ich da reagieren. Und ich habe irgendwie Bock, das jetzt zu machen hier in unserer Hauptstadt. Jawohl, das sieht nämlich schön aus hier am Hafen direkt. Sehr schön. So wollen wir das haben. So, und hier geht ihr in unser eigenes Gebiet, bitte. So, ist das schön. Hi. Sind ja mittlerweile halbwegs Freunde geworden. So, und hier können wir jetzt einfach mal weitermachen. Dann nehme ich die 30 Erkundungs-EP diesmal. Geht es langsam an und geht es langsam und stetig an. Sind halt nur plus 10 Prozent Erfolgschance. Aber okay, so treibt man die Chance wenigstens hoch. Ah ja, Julia jetzt endlich mit der Wache. Die ist wichtig, dass die mir nicht wieder auf die Barrikaden gehen. Und macht mir mal ein Lager, auch wegen der Produktion hier. Dass das alles mal ein bisschen schneller vorangeht. Und wir haben ein Lager in Kuberia auch errichtet. Und ihr sollt mit dem Monument auch euch ein bisschen weiter ausdehnen dürfen. Und schon geht es wieder weiter. Neue Regierung. Tja. Wenn die Kultur nicht vorangeht und komplett stagniert in dem Zeitalter, in der Renaissance, das ist schade natürlich. Gucken wir mal. So, der darf jetzt... Ah ja, du darfst jetzt sogar hier hingehen. Gut, dann ist es so richtig. Und ihr haltet hier einfach Wache. Du skippst immer, bis ich mal wieder durch darf. Weil sonst vergesse ich dich safe. Und du erkundest hier weiter die Ecke. So, hier geht es auch weiter mit unserem Wunder. Ja, mir geht einfach weiter, schnell, kein Effekt. Dass ich da meine Erfolgschance nicht wieder reduziere. Da bin ich nämlich echt gut drin. Gleich habe ich die Diplomatiepunkte zusammen, um eine Botschaft zu errichten. Bei den Flingsonian. Jaha, hier kommt es zu einem Kampf. Okay. Eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Link Sonja. Botschaft bitte eröffnen. Ah, es reicht noch nicht. Ups. Guten Tag. So, hier gab es diesen Kampf. Es war kein Kampf. Es war einfach nur ein Gemetzel. Es sind sieben Kampfrunden sogar. Ja, jetzt machen wir sie fertig. Hucki-Zucki haben wir das hier erledigt. Brauchen wir nicht angucken. Es war nicht wirklich ein Kampf. Was ist das eigentlich? Zweifacher Angriff und zweifache Verteidigung, aber gibt ihnen minus 20 EP, wenn man das macht. Okay, cool. Damit kann ich also sozusagen die richtig positionieren, aufstellen. Oh, das ist das Südpol. Okay, cool zu wissen. Und da geht es jetzt weiter. So, der Amra aussieht das Gipfel ist fast sogar nach wie der letzte Leistung des Bergsteiger-Team. Letzte Erfolgschance ist jetzt 70%. Meditiert auf dem Gipfel. So. Schon wieder. Was ergibt das Misserfolg? Gewürfelt ist eine 97. Ziel. Was? Ziel ist größer 70 und ich habe eine 97 gewürfelt und das ist ein Misserfolg? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder hätte ich kleiner als 70 würfeln müssen? Oh, ist das ärgerlich. Boah, ist das hardcore ärgerlich. Boah, die Entdecker. Was geht mit euch eigentlich ab, Mann? Ihr seid mir ja wirklich Spezialisten, hey. Mein lieber Vater. Ja, hier ist noch eine Katapult-Bureme. Genau, die soll da mal schön weiterbleiben. Äh, ja. Forschung abgeschlossen. Öffentliche Bauvorhaben. Was war das denn nochmal? Hebeturm. Genau, Verbesserungspunkte. Wasserbetriebe für die Hygiene. Das ist sehr gut. Arbeitshausverbesserung. Gibt Unruhe, aber auch mehr Wohnraum und mehr Vermögen. Fingst Schulsteiger geguckt, macht nochmal bloß einen Wohnraum dazu. Und Müllhaufenverbesserung. Okay. Alle Sachen, die ich natürlich in der Zeit allerlei da brauche. Kriegt die auch nicht irgendwie reduziert. So. Druckerpresse haben schon zwei. Verwaltung haben zwei. Okay, haben auch zwei schon erforscht. Machen wir. Ich gehe auf die Navigation. Ich gehe auf die Navigation, um Inseln, um neue Siedlungsgründe zu finden. Ja, um herauszufinden, was da drüben eigentlich zum Beispiel los ist. Um mir höhere Flexibilität mit meinen Flotten zu erlauben. Ich glaube, das ist eine ganz clevere Idee. Also behaupte ich jetzt noch. Und ja, werde entsprechend dessen meine Flotten schon mal in Bewegung setzen. Es wird ganz witzig, weil dann komme ich auch mit diesem Schiff hier endlich weg. Von dieser blöden Situation, in der ich mich befinde. Es dauert zwar noch einige Runden, aber okay. Wir haben eine Werkhalle abgeschlossen in Monapolis. Und jetzt können wir Hebetürme bauen. Das wäre natürlich, das ist schon stark, die Hebetürme. Weil wir dadurch noch viel mehr Verbesserungspunkte bekommen. Die werde ich jetzt auch forcieren. Wir kriegen nämlich plus elf. Boah, ich sehe schon ein Bomben-Schiff. Freigeschaltet durch Schießpulver. Natalia, du hast ein Monument fertig. Das ist gut. Gut, dann macht mir mal bitte kurz noch eine BIP. Ein bisschen mehr Forschung hätte ich gerne. Ich will da nicht immer so hinterher hinken. Und jetzt nicht die Runde beenden. Wir haben nämlich 31 Punkte. Obwohl doch, ich spare nochmal eine Runde. Und dann gucke ich, dass ich Verbesserungssachen baue. Wir haben schon wieder eine rückläufige Kultur. Das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich denn da eigentlich falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich wollte dich eigentlich da haben, ja. So, du darfst jetzt da hin. Das sehen wir schon. Ihr dürft wieder von vorne anfangen. Da hau' ich meine wertvollen Ingenieurspunkte raus. Hier geht's schon mal hier hin. Und hier haben wir jetzt bald unseren Kontinent komplett sozusagen sichtbar gemacht. Hier ist der Dragona fertig geworden. Sehr geil. Bitte Hebetürme bauen. Nein, die Runde will ich nicht beenden. Ich will den Dragona bitte haben. So ein Rittermacht. 27 plus 2,7. Verteidigung. 21 plus 2,1. 24. Die haben eine höhere Verteidigung. Aber niedrigeren Angriff als die Ritter. Okay. Die sind extrem stark gegen Kavallerie. Kosten aber auch zwei mehr und sind sehr schnell unterwegs. Ah ja, wir können die jetzt zu Arbeitshäusern erweitern, wenn wir das wollten. Okay, wir haben tausende Betriebe, die wir noch haben in unserem Reich, die wir aufwerten könnten. Aber wäre es nicht besser, mal irgendwie Sachen weiter zu verarbeiten, auf irgendeine Art und Weise. Auf der anderen Seite hätte ich hier zum Beispiel auch Kohle, was ich noch gar nicht angeschlossen habe. Dann hätte ich mal hier gerne eine Kohle-Mine. Ich habe nämlich einen Haufen Rohstoffe oder Ressourcen, die ich noch überhaupt nicht angeschlossen habe. Das finde ich irgendwie schade. Ich hätte gerne eine Gold-Mine. Mit den ganzen Punkten muss man ja auch mal was machen. Jetzt fangen sie wieder an mit ihren Kämpfen. Oder dass sie Kämpfe wollen. Wie lange brauche ich noch für meine Forschung? Ganz zehn Runden. Na dann, wenn ihr jetzt kämpfen wollt, dann... Achso, ne, sind wir aber auf neutralem Gebiet. Ich kann ja trotzdem nicht durchfahren. Da ist noch kein Krieg. Ah ja, voll einer in der Klammer. So, kleiner Dragona. Maschieren wir mal nach Melee. Der Ritter hier, der darf schon mal da rüber. Jetzt machen wir mal das da. Was es jetzt gebracht hat, habe ich jetzt nicht gesehen. Gut. Danke für nichts. Es gibt mal durch. So, und du bist jetzt fast mit der Umrendung des Kontinents durch. Und du bist durch. Ich meine, wir könnten jetzt noch da unten langfahren. Das sollten wir auch noch tun. Dann finden wir noch mehr raus. Eine Werkhalle in Dekantia abgeschlossen. Tatsächlich will ich hier mal ein Monument haben. Da ein bisschen Druck zu machen im Norden. Und Beritus hat auch dieses Monument errichtet. Das ist gut. Und auch ihr geht jetzt mal mehr in die Forschung noch rein. Dass wir da wirklich schneller werden. 20,7 haben wir zur Zeit. So, jetzt wird es hier wieder gelb angezeigt. Aber, zum Beispiel. Ja, genau. Die haben jetzt einfach hingesiedelt. Und integrieren. Das kostet mich anscheinend auch ziemlich viele Punkte, wenn ich die alle integriere. Das tut auch noch weh in der Kultur, wenn ich ein zu großes Reich habe. Also, das ist irgendwie schade. Jetzt kann ich wieder Regierung. Klar, ich kann Organisation machen und mir wieder einen Punkt hier unten im Sozialgefüge irgendwo rein klabastern. Das ist eigentlich auch ganz nett. Hier ist ein Steinmetz. Okay. Und das ist auch ein Steinmetz. Hier können wir mal einen Schmelzofen errichten. Haben wir noch nicht. Irgendwo habe ich jetzt hier gerade Barbarenschiffe gesehen. Aber wo? In einer meiner Grenzen habe ich eins gesehen. Aber in der Schuhe. Da habe ich mich doch vielleicht getäuscht. Jawohl. Schön. Ach, da oben war das. Wurde hier ausgebildet. Super. Ein bisschen Kämpfe kann nicht schaden. Bumms weg. Schießübungen für uns. Julia, was mache ich denn mit dir? Sprich, sprich. Die macht auch erstmal Monumente, um mehr Einfluss zu bekommen. Wachsen, wachsen und noch mehr wachsen. Ich gucke auf die Uhr, weil, wie gesagt, diesmal nicht so eine ewig lange Folge heute. Mal wieder mich in der Kürze üben. So, ich bin aber auch recht schnell vorwärts gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben wieder eine Erfolgs-Chance von 70%. Erfolg, juhu, Complete Expedition. Ich habe einen, ja, wo? Oh, ich hätte, ich hätte, ich habe einfach tatsächlich niedriger würfeln müssen. Cool. Und dadurch habe ich den Fujiyama aufgedeckt. Das ist doch klasse. Dadurch habe ich das alles geschafft. Das ist cool. Dann wärst du als nächstes kleiner Entdecker. Wo war denn dieses andere Wunder? Hier der hohe Berg. Das ist dein nächstes Ziel. Da darfst du als nächstes loslegen. Habe ich eigentlich vorhin einfach mal komplett übersehen. So, dann darfst du hier skippen. Du hättest tatsächlich die Verteidigung belagern können. Schiff habe ich gerade eben gesehen. Bringt halt nichts. Und beim Warenlager in der Nähe unserer Gegner. Also von daher mache ich da gar nichts. So, jetzt haben wir die 200. Das geht nicht mehr weiter. Deswegen gehen wir in die Organisation. Genau, und das haut uns einfach hier direkt einen Punkt rein. Boah, wir werden immer organisierter. Wie toll. Also 200 stagnierende Punkte brauche ich da nicht. Dann gebe ich sie lieber für irgendetwas aus. Ja, hier sehe ich noch was Kaputtes. Müssten Meldungen für kommen. Da ist noch ein Gebäude kaputt. Dann würde ich das auch reparieren. Gut, dass ich es gesehen habe. Dafür habe ich ja locker die Punkte. So, Weideland bitte wieder in Ordnung bringen hier. Nächste Zeit an der Aufklärung. Will schon hier. Da will schon einer. Was? Ernsthaft? Wirklich? Wir sind noch nicht mal bei der Renaissance durch. Hallöchen. Juhu. Ich weiß, es nervt. Ich vergesse die aber sonst, diese Schiffe. Ingenieurskunst ist jetzt auch bei 200 Punkten angekommen. Habe ich auch gepennt. Ich frage schon, die Tüftler. Luxusgüter, Uhrentürme. Juhu, wir könnten noch eine Bilde bauen. Machen wir. Wo sind diese Bilder jetzt hingekommen? Wir wissen es nicht. Die Bibel in Natalia ist fertig geworden. Bei dir fängt an, so ein bisschen die Hygiene zu hinken. Also fangen wir schon mal an mit den Wasserbetrieben. Das dauert zwar nur in Runden, aber dann haben wir hier welche. So, Monument in Kuberia ist fertig geworden. Und ihr geht auch nochmal auf die Bib. Ich will jetzt hier viel in die Forschung investieren. Was sind es dann? Vielleicht irgendwann holen wir mal die anderen auch auf oder eine oder wie auch immer. Ups, ich habe mich verklickt. Wir werden auf jeden Fall noch einen weiteren Künstler brauchen. Die Frage ist ja, wir haben noch genug Städte, wo man reinstopfen könnte. Kuberia, Julia. Also eine wunderbar stagnierende kulturelle Entwicklung. Klasse. Freut mich. Ich habe doch alle, ich habe doch, ich habe doch keinen Krieg. Alle Kriegen werden. Die Forderung erfülle ich. Okay, von mir aus 41. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sammeln und eine Goldmiede machen. Was kann ich jetzt hier mit Metallarbeit? Schmelz auf den Juwelier. Was ist das? Man will zwei Gold, genau. Den will ich als nächstes haben. Also wenigstens ein paar Ketten hinbekommen. Darauf habe ich jetzt halt nur geachtet, weil, ja, Punkte waren halt nicht da dafür und so. Dann rede ich mich da raus. Hui. Dekantia, du hast das Monument gebaut. Guck mal, hier, BIP. Ich habe es angekündigt. Forschung, Forschung und noch mehr Forschung gibt es jetzt. Ich will da vorwärts kommen. Wir haben so viele Städte, müssen wir auch nutzen, die Punkte. Wenn da jedes Mal ein Pünktchen dazukommt, macht es sich schon auch bemerkbar mit der Zeit. Du darfst jetzt hier hin und du darfst jetzt die erste Aktion machen. Ist das irgendwie anders? Ja. Nehmen wir dafür die Ingenieurspunkte, um den Hohen Berg hier zu erkunden. Das passt mir alles. Unser Reich entwickelt sich schon. Also so ist es nicht. Alles ist stabil, auch durch den Frieden. Man könnte es sagen, fast langweilig. Hebeturm in Kekapol ist auch fertig geworden. Super. Wie geht es denen? Die haben auch eine Hygiene-Problem. Die sind aber sehr produktionsstark, wie man sieht. Kekapol ist unsere Hauptstadt. Die hat es drauf. Die kriegt jetzt auf jeden Fall mal die Wasserbetriebe. Weil die Hygiene schon wieder nur bei 105% schnell dagegen reagieren. Plus 13 machen wir jetzt. Die BIP in Beritos ist fertig geworden. Das ist auch super. Aber Wohnraum wird bei denen langsam auch ein bisschen knapp hier in Beritos. Die haben noch 100% Bedürfnis erfüllt. Kriegt es eine Werkshalle, um schneller produzieren zu können. Wir haben die Erinnerung an einen Juwelier bekommen. Das ist schön. Den bauen wir jetzt nämlich auch. Jawohl, wir haben einen Juwelier. Das produziert natürlich Luxusgüter. Die werden wir nirgendwo noch brauchen. Aber wir produzieren sie schon mal. Das ist ganz gut. Wie sieht denn das eigentlich aus bei uns? Von den Punkten her. 136 haben wir jetzt. Können wir jetzt echt mal an uns gucken. Also die haben Importe. Heimische Importe, keine. Vielen Dank. Vielleicht geht das in der nächsten Runde. Dann importieren die jetzt irgendwo her. Okay, cool. Guck mal nicht. Guck mal alles nicht. Guck mal alles nicht. Guck mal alles nicht. Kalkstein oder Marmor. Ja, das war gut, dass ich da mal reingeguckt habe. Ach ja. Ja, gut, dann haben wir das schon mal ein bisschen verbessert. Eine Runde geht noch. Ja, die Runde mache ich noch und dann ist gut. Wir wissen nicht, was passiert ist. Jetzt haben wir fast alles geschafft. Wir müssen nur noch da rausfahren und haben wir das Monument in Julia fertig geworden. Und dann bitte eine Bibliothek nachschieben. Monopolis hat einen Hebeturm gebaut. Ja, das ist schon cool. Ja, irgendwann jetzt haben wir bald hier Spaß mit Dingen. Ihr baut jetzt schon mal die Wasserbetriebe, weil ich habe da ein ungutes Gefühl. Jetzt wollen wir die Runde nicht beenden. Jetzt haben wir wieder 24 Punkte frei, um uns zu überlegen, was wir als nächstes irgendwo noch machen. Guck mal hier, hier könnten wir zum Beispiel ein Mastbetrieb. Was haben wir denn eigentlich hier drauf? Da ist auch ein Mastbetrieb drauf, ne? Errichtet mir mal noch ein Mastbetrieb hier. Ja, warum auch nicht? Das macht auch ein bisschen Hygiene, habe ich gesehen, wenn ihr Mastbetriebe drauf habt. Das ist nicht verkehrt. Ist halt eine mega geile Stadt, ne? Kikapolis. Da ist auch wenigstens ein bisschen was gebaut. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Dankeschön. Ciao, ciao.